Okay, Leute, es geht weiter mit Super Mario Advance 3 und heute, ja, Musti ist auch wieder da, wie immer, sag endlich was. Egal, gib den Kontrolle her, ich spiel dann, gib her, gib her. Nein, 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 ich hab mir was gesagt, ich hab zwei Mal... Nein, du hast nichts gesagt, du hast nichts gesagt, du hast kein Hallo gesagt, du hast nichts gesagt, egal. Also, ich spiel nicht mehr mit Tastatur, ich hab einen Kontroller gestern gekauft und der läuft einwandfrei hier rum. Fang eng! Ja, warte! Ja, lass mich, ich muss, ich muss, ja, lass mich anfangen. Okay, ich mach, ich mach. Verdammter Wichser, ich will erst nichts sagen und dann will er spielen. Ja, ich will doch. Dann will, du Wichser, warte, ich boxe die noch dafür, was du gerade jetzt gesagt hast. Und, siehst du, wie das ist mit Kontrollern? Wie? Wie kann man denn die Eier schießen? Mit, damit. Ist ja besser. Du sagst doch nur jetzt eklig, weil du es nicht daran gewöhnt bist. Dann gib es auch zu. Probier aus. Probier aus. Warte. Den kannst du auch schlucken. Ich weiß. Aha. Hier, guck mal, er kann mich zu treffen. Schluck ihn. Na gut so. Jetzt probier aus. Warte. Was ist denn das für gelbe Viecher? Jetzt kommt der nächste. Ist doch besser oder nicht? Bisschen. Tun eh so. Tun eh so, das ist wirklich besser. Kein Stress, nichts. Ich glaube, meine Eltern, äh, ich glaube, die anderen sind jetzt vor Einkaufen wieder da. Ist das eigentlich eher noch so laut? Oh, ob ihr immer so laut macht? Oder was machst du? Irgendwie habe ich den Sorten auch viel lauter in Erinnerung. Hm? Vielleicht bild ich mir erst nur einen. Was willst du machen? Wieder hoch. Soll ich nicht? Ah, okay. Ach, egal. Jetzt habe ich, jetzt habe ich alles in Sicherheit. Also, wenn ihr plötzlich einen Stopp hört, nein, Stopp bemerkt, dann heißt das, dass ich F1 gedrückt habe. Oh, soll ich da auch hinein, ne? Wie kriegst du, wie kommst du da denn denn? Ach so, du musst, du musst, du, deine Sache. Also machst du es jetzt. Hatte ich recht? Hab ich recht? So, so. Wusstest du es? Oh, shit, warte. Haha. Warte, warte. Bist du das in den Arschballern lassen oder was los? Hey. Ja? Okay. Glaubst du, wir werden heute damit fertig? Ähm, nein. Warte, warte, wie lange wollen wir uns spielen? Das ist die beste Frage, weil wir müssen heute noch später, ja, wir müssen uns später weg. Ah, komm her, verdammtes Baby. Hm? Ähm, ja, wir spielen einfach so lange, wie schon das ist. Warte. Hm. Hm, warte, ich habe deine Idee. Kannst du dich einfach nicht einfrieren oder so? Warte. Gibst du, bist du nicht auf die Idee gekommen? Nein, ich wollte so, ich wollte vollkommen. Aber, oder so. Warte. Hä? Hä? Ist klar. Hä? Hä? Hm, hm. Das sah gerade aus. Wenn man raufschwimmen, kann man viel höher schwimmen. Ja, okay, dann. Wartet. Okay, es geht weiter. Oh, Hammer. Ah. Ja, das war mein Stuhl. Guck, sowas hätte ich nicht geschafft mit Tastatur. Hallo, das ist ja noch von alleine. Egal, trotzdem. Trotzdem war das wegen mein Controller. Nein. Doch, doch. Sie macht das Kontrollers. Doch. Mach einfach, los. Musst du diese Kanu... Zayoshi kann so viele Dinge in den Mund nehmen, aber richtig. Und wie willst du... Hä, von, wo hast du die Eier? Egal. Egal. Ich habe die Eier nicht gesehen. Egal. Hm, okay. Und wenn das ein bisschen verzerrt ist, Leute. Es liegt an meinem Bruder. Hast du geduscht? Nein. Ah, Parfüm. Sowieso. Ja, ich dachte, das machst du immer bei... Immer, immer. Warte. Warte. Ich war schon heute unterwegs. Das ist ja. Ach so, okay. Ja, eigentlich habe ich meine Haare gewaschen, bevor ich rauskomme. Ah, was? Das ist das nicht bestimmt. Das ist auch schon mal kaputt. Ups. Weil du mir einmal was erzählt hast, hast du gesagt, du machst nur Pfeil, wenn Frauen dabei sind. Das hast du gesagt. Ach so. Ja, was ist... Okay, okay. Bisschen liegen muss sein, bisschen liegen muss sein. Frag mal Zuschauer, die mögen das auch. Nee, mögen die nicht. Sollen wetten doch? Wetten, nein. Okay, schlade es in die Kommentare. Was haben die bisher jedes Mal gemacht? Äh, wirklich jetzt? Die haben es wirklich bisher mal gemacht. Oh mein, so wichser. Die hören auf dich, egal. Egal, aber die wollen nur meine Videos. Was macht Spaß, nur das zu sagen? Schreib es in den Kommentaren. Was sollen die dann jetzt hinschreiben? In was? Was denn? In was? Die machen alle da Roffel. Ja, das ist auch schon irgendwas. Hm. Und... Ah ja, ich kann das auch mit NDS machen. Also einstellen. Ich habe mit NDS-Emulator das eingestellt mit Kontrolle und alles. Was machst du da? Wie können die los, Jan? Ja, tötig. Ach, wir sind jetzt sofort beim Boss? Ja, sowieso. Warte, wie heißt... Wie war der Boss noch, bei dem es so lange gedauert hat, wo vier Türen gab's? Vier Türen? Ja, mit Lava, Eis und so. Achso, das war hier... Das war zwischen... Zwischenbossgegner. Das war so behindert. Das war wohl geil, das war mein Lieblingsdenk. Ich schwöre, du wirst hier nie wieder rauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Ja, jetzt... Das ist mal mit... Hochspringen. Und dann... Ah. Ja. Schön gesagt. Das. Damit hast du die ganze Zeit rum... Äh... Die ganze Zeit dich bewegt, aber egal. Ist doch egal. Die stehen da... Die stehen da... Die stehen da... Holzzwerge. Und... Töte ihn. Töte ihn. Wie kann das eigentlich sein, dass er da durchgehen kann, durch diese Holzblöcke? Achso, Mann. Bist du nicht auf die Idee gekommen? Nein, was anderes. Achso, jetzt ist doch... Ey. Jetzt ist er braun. Wollte ich den einsperren, oder was? Ach, das behindert. Warte. Jetzt auf die andere Seite. Jetzt ist das gleich... Was? Wo ist Baby? Wo ist Baby? Ey, das ist eine Waage. Mann. Hm. Was habe ich im Mund? Was hast du im Mund genommen? Sprung mal. Nichts. Was ist ein Backmann? Das kann nicht sein. Warte, egal. Wenn ihr das Video nochmal sehen, will ich sehen, was du geschluckt hast. Oh, das habe ich ganz vergessen. Kam das aus dein Arschloch? Nein. Wo dann? Sag ich doch Arschloch. Wolltest du mir nicht glauben. Ja. Ob das jetzt so wirklich war. Ich sag Arschloch. Komm mir seine Augen an. Das ist immer bei Anime-Figuren. Ah ja, ich habe einen neuen Anime gefunden. Der ist wie... Warte, wie hieß das? Wie klein, das bisschen. Und der heißt... Ach, das ist ein bisschen anders. Das ist es geht um so Freunde. Also die haben eine gemeinsame Freundin gehabt. Die ist jetzt bei irgendeinem Unfall gestorben, denke ich jetzt mal. Und seitdem haben sie sie irgendwie auseinandergelebt. Und das Mädchen will, dass die Freunde wieder zusammenkommen. Das ist richtig geil, Anime. Ist das ein Vogel? Warte, ich komme damit nicht klar. Dann lass mich. Okay, warte, ich bin dir fast. Ja, jetzt wird, jetzt willst du nicht abgeben. Ja, süßes. Spaß dir egal. Wir müssen die öffnen, nicht schicken. Was? Dürfen wir nicht schicken. Was ist ihr schicken? Okay, ich wollte einen Stammwarten kriegen. Warte, 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 was meinst du jetzt mit schicken? Das hat Spaß gemacht. Ah, jetzt kommt die letzte Welt. Ich bin da hingesprungen, ne? Ja, ist klar, du wirst da hingesprungen. Ja, schaffe ich. Das hast du nicht. Ja. Nein, du hast mich gerade angegrinst. Das glaube ich dir nicht. Ich frage mich nicht los. Ich frage, egal, die Kommentare schreiben sie sowieso weiter. Haha, schreib zu den Kommentaren. Jetzt habe ich dich. Hier schreiben sie in den Kommentaren, da habe ich dich erwischt. Ich habe dich, ich habe dich nicht. Hast du nicht. Hm, hm, glaube ich dir nicht. Fünf Leben. Wie viele Leben haben wir eigentlich? Zu viele. Okay, jetzt haben wir das auch noch geschafft. Jetzt kommt die nächste. Jetzt kommt die letzte Welt, oder? Du musst die Geräusche nicht nachmachen. Hä, waren wir im... Wieso? Und jetzt gehen wir in eine andere... Insel. Oder wir fliegen, oder wir teleportieren uns. Teleportation. Wusch. Und jetzt ist es da. Hm. Hm. Sieht da atemberaubend aus. Warte, MSN von... Mein Bruder ist noch an. Ach, scheiße. Okay, letzte Welt. Mach mal. Hm. Ah, der Anfang ist ein bisschen... Walter Wilden. Kerle. Oder nein, Sven. Oh Mann, ist das so nicht. Die Musik ist wieder toll. Guck, du hast dich schon dran gewöhnt. Bisschen. Tu nicht so. Bisschen. Gib Kontrolle her. Ich will auch ein bisschen meinen Spaß haben mit Kontrolle. Mit Kontrolle bin ich besser. Ich versuche dann auch alles einzusammeln, okay? Gib mal her. Ich mag's mit Kontrolle, ich liebe es. Halt im Maul. Ich liebe es. Gib her. Ich liebe es. Lass mich auch mal ausprobieren. Ich liebe es. Okay, komm, danach nächste Sache, okay? Okay, ich hab's gekauft, aber trotzdem. Was, 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 was? Wolltest du irgendwas sagen dazu, sag? Ich wollt's sagen, ja, gleich. Nein, du wolltest irgendwas anderes sagen. Äh. Ich wusste, dass die Richtung ist. Ich hab sowieso 50-50 schon. Hm, okay. Schei, geist die Eier und Eier. Ach du Kacke. Ach du Kacke, die tanzen gerne rum. Wieso ist das? Okay, du hast ja... Ich bin echt witzig mit dem Leben, du hast. Bestimmt übertrieben viel. Oh man, ich lasse die Fall jetzt runter. Hä, was hast du in diesem Level denn? Münzen. Ja? Und Abkürzung, glaube ich. Oder den Ruhmungsfuß, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Guck mal. Ich dachte, du bist runtergefallen. Hä? Münzen. Das war echt unnötig. Hä? Warst du schon hier? Ist das Abkürzung, oder? Aber hier war... Nein, das soll kurz guckt. Hier war ich doch 50. Also... Hier war ich doch. Hm, okay. Und wie wird's jetzt an das Baby kommen? Hm? Einfach so. Äh, was wäre passiert, wenn da nichts wäre? Hm? Hätte ich dich hoch gemacht. Dann hätte ich dich verarscht. Äh, nein, äh, verarscht. Heiz den Maul. Das war ein Unfall. Es gibt immer Fehler in der deutschen Grammatik. Das wusste es so nicht. Das hast du jetzt gerade geraten. Mhm. Wenn du sagst, musst du das wohl stimmen, oder? Hm? Wenn du sagst, musst du das wohl stimmen, oder? Nein, aber... Du wusstest, dass da unten ein Leben ist? Wenn du sagst. Sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit. Wusstest du das? Warum wusste ich das nicht, weil das sah natürlich schon so aus. Ach so, okay. Ich hab die Frau verwirrt, ne? Ja, ich dachte schon. Das ist auch Absicht. Egal, Christus zurück. Oh. Was? Ah ja, warte. Amokleifer, Scheigai. Okay, jemand hat bei MSN mein Bruder angeschrieben. Ignorieren, einfach gekonnt. So. Das ist das Falsche. Wie kannst du jetzt da rankommen? Gar nicht, oder? Warte. Judo, Scheigai. Geh doch näher ran. Warte. Warte, mach mal was anderes. Warte, klepp auf das Rohr. Also geh auf das Rohr, da kommen die nicht mal raus. Ja, aber das nervt mich trotzdem. Ich brauch noch mehrere. Tu nicht so. Warte, jetzt hast du genügend. Nein, jetzt hab ich. Ja, okay, mal jetzt mach. Ich will kurz was anderes machen. Was denn? Immer mit deinen Skills. Du willst immer angeben. Nehmen mein Let's Play. Warte. Ja, das hab ich noch bekommen. Oh Mann. Er sagt, warum? Aber du sagst alles nicht. Ja, ich dachte auch doch so. Ja, das sah wirklich so aus. Egal, egal. Du wirst sie jetzt hier angeben. Bei Donkey in Country? Ah ja. Ja, da kann ich so viel angeben, das weiß ich nicht. Egal, wir werden hier sehen, wir werden hier das auch noch weitermachen. Es gibt Spaß noch. Morgen hast du, ah ja, morgen hast du keine Zeit, da mach ich mir Donkey in Country 2 weiter. Was zur Hölle? Warum kann ich nicht mit Steuerkreuz? Das ist doch nicht mehr. Ich weiß nicht, der rechte Knopf funktioniert irgendwie nicht. Der rechte? Ja, das funktioniert nicht. Nein, ich meine, wenn ich das einstelle, wird der Rechte nicht gezeigt oder so. Deswegen mach ich lieber mit Analog Stick. Aber das ist doch nicht so schlimm, oder? Ob es jetzt so schlimm ist. Richtig, Schöne. Übertreib nicht. Da muss doch jemand kommen. Meinst du auf die perverse Art oder auf die gute Art? Ey. Du wusst... Ja, wahrscheinlich ist das wirklich gut. Du weißt es. Was zur... Kann ja mehr. Nein, das war von Street Fighter. Kaioken. Meinst du Hayoken? Hayoken? Heißt du Kaioken oder nicht? Hayoken. Gib ihn! Hallo? Er will noch nicht aufgeben. Er ist Naruto. Egal, jetzt werde ich so viele Spiele spielen mit Controller. Ah ja, Ramos ist in der Einleitungsstand. Man kann Epilepsie von das hier bekommen. Von diesem Spiel? Von diesem Controller. Epilepsie, du kriegst irgendwie Bewusstseinsstörungen oder so. Du wirst irgendwie auf einmal... Du schläfst einfach ein. Du schläfst einfach ein. Ohne Grund. Er hat dich doll... Ey, er hat... Hä? Er kommt öfters noch schon. Warte, er hat dich doch in den Mund genommen. Nee, kann er ja gar nicht. Wieso nicht? Okay, weiter. Ich komme wieder, wenn du irgendwo in den Mund schmissen. Ach du heilige Scheiße. Komm nicht. Wo jetzt? Okay, da, weiter. Der übertreibt voll, der Scheik. Basta. Ey. Du bist voll in Panik geraten, haben wir gerade richtig gesehen. Warum soll ich sterben? Warum wirst du jetzt sterben? Wenn ich in Panik geraten. Ach so. Din, 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 din. Und, die Leute hatten kein Problem, dass die Videos 30 Minuten gedauert haben. Guck. Sag doch, die Videos sind... Ja, ich meine, da hättest du mehr Videos, wenn du die geteilt hättest. Ja, dann hättest du geschaut mit 1000 Videos. Locker mit 1000 Videos, aber ich hab's nicht. Ja, die Leute hatten ihren Spaß. Was willst du da holen? Warte, wie kommst du denn dann da... Warte, wie kommst du jetzt da? Du musst perfekt da runter zielen. Ja, das muss man perfekt machen. Lass es dann, wenn du es nicht schaffst. Lass es. Ja, weil du jetzt gesagt hast. Nein. Okay, mach weiter, mach weiter. Komm. Ich gebe dir drei Chancen. Soll ich beten, in diesen drei Chancen schaffst du es nicht? Oh, ja, die ganzen Bananen hier. Ja, okay, die ganzen Eier benutzt du jetzt. Komm. Benutz, ich will sehen. Eins. Der ist auch ein Bär. Heiz Maul. Verdammter Wichser. Egal. Du kannst gern böse lachen, aber mach ich nicht. Kannst du sowieso nicht. Ich kann böser lachen als du. Ein Samen. Hä? Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Egal, mach weiter. Und wer? Wie kannst du es falsch machen? Eigentlich müsst du da an eine Pflanze hochkommen, oder nicht? Zeig dir nicht. Warte mal. Ach. Oh Mist. Ah, du hast ja das Bonus-Spiel da. Guck mal. Ja, jetzt kann ich's machen. Moment. Brauchst du einen Schlüssel? Von wo hast du einen Schlüssel? Von dem Französchen davon hin. Erster muss ich das machen. Ich glaube, das ist das. Ja. Und dann das hier. Glück gehabt. Ich hab gar nicht gesehen, dass du einen Schlüssel bekommen hast. Naja, aber gib dir jetzt wirklich zu. Mit Kontrolle ist besser. Naja, das ist... Ich glaube, das wäre aber auf jeden Fall besser. Also bei 2D-Spielen ist es meistens so. Melonen-Kerne spucken. Schnapp dir einen Frucht und spucke Kerne oder ähnliches drauf. Dann geht der schon so. Okay, mach weiter dann. Aber diesmal hat er noch ein bisschen Schutz. Was willst du machen? Das ist die effektiv. Was für Feuer ist das, oder? Ja. Gib ihn. Gewinnt. Letzter war es knapp. Jetzt gar nicht. Warte. Ich hab ne Feuerblumen. Okay. Äh, feuer. Warte, guck mal gleich nach, ob du... Mach weiter. Wie viel Leben ich habe? Äh, nein. Ob du diese ganzen Bonus-Sachen da holen kannst. Also... Die Items, die du gesammelt... Äh, die ganze Zeit gesammelt hast. Weißt du? Ja, was damit? Ich will mal wissen, wie man die holen kann. Du bist doch schon mal... Hast du doch schon mal? Ja, aber Tastatur, aber wie geht's über Kontrolle? Warte. Soll ich jetzt versuchen? Versuch. Start. Was ist das in der Mitte? Das ist nichts, warte ich... Und das ist da links, glaube ich. Ja. Ja, das ist da links. Warte. Wir können gucken, wie link wir haben. Wie viel Leben haben wir denn? Ja, 114. Was, 114? Ja. Übertrieben Leben. Wie willst du da denn hochkommen? Ach so, ja. Ist schon klar. Muss da runter. Geschafft. Oh, nee. Warte, was hat... Was hat jetzt auf dich gezielt? Irgendwas da hinten. Irgendwas bösartiges. MSN nervt wieder von meinem Bruder. Egal. Töte es. Töte das haarige... Töte das haarige Monster. MSN nervt. Egal, ich sag gleich, MSN soll aufhören. Okay, das ist ganz einfach. Ganz easy. Tote Vögel. Das sind die Vögel von Chicken Wings. Von KFC. Hm. Lecker, lecker. Wir müssen sowieso gleich einen Cut machen. Oder? Ach, wir machen gleich sowieso einen Cut. Da müssen... Da kann er gleich MSN ausschmachen. Okay, Bonus-Challenge noch. Hast alle Blumen gesammelt? Nein, nur eins zu essen. Ach so. 28. Hm. Gute Bewertungen so. 85 schon so. Das ist auch nicht. Ich brauch perfekt. Seine so pingelig. Ich brauch perfekt. Seine so pingelig. Oh nein. Einarmiger Buddy. Drücke A um den einzelnen... Hab ich das nicht? Äh, war... Was? Einzelnen zu stoppen. Einzelnen zu stoppen. Wie blöd. Ich hasse das. Ach so. Kann man ja von Pokémon und so. Verloren, verloren, verloren. Ja, komplett verloren. Ich wusste es, dass ich nicht so. Den, 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 den. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Sagst du nicht tschüss? Ja, wir sehen uns noch gleich. Okay, tschüss.